Der 25. Jahrestag von Interpol in Lyon trifft mit ihrer Wahl zum neuen Generalsekretär dieser Organisation zusammen. Deshalb ist es mir eine große Eure, gleichzeitig diesen Jahrestag in unserer Stadt zu feiern und sie bei uns zu begrüßen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020